Musik Hi, ihr seid bei Kaos Kanz, Angie Ghost Fashion. Ich habe gute Laune. Ja! So, heute ist 21. Januar und das heißt Tag der Jogginghose. Was? Ja, den gibt es wirklich. Und ihr wisst, ich liebe ja Jogginghosen. Nicht nur zum Sport, sondern ich ziehe die auch so an. Sozusagen Adlescher Kleidung. Freizeit. Und zur Jogginghose fällt euch bestimmt jemand ein, nämlich diesen Herrn hier. Manche sagen Karl der Große und manche sagen einfach nur Karl Lagerfeld. Ja! Und er hat ja mal so einen richtigen Spruch abgelassen. Er hat mal gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Oh mein Gott! Was viele aber nicht wissen vielleicht, dass er selbst Jogginghosen kreiert hat. Und wer sich so ein bisschen in Mode auskennt, weiß natürlich, Lagerfeld Chanel hat die Iconic Jogginghose kreiert. Und dann kamen noch andere Rue, Sau, Guillaume, Kalisnen. Insider wissen, wovon ich spreche. Yes! Aber die klassische Jogginghose sind ja manche, ja, Understatement, oder gar kein Statement. Also ich zeige euch mal so, was ich so habe. Das ist eine klassische Jogginghose mit Bündchen. Also unten so ein Abschluss, ja. Das ist so der Klassiker, natürlich grau, ja. Aber es gibt natürlich noch andere. Hier mit Galonstreifen, immer noch aktuell, mit geradem Abschluss, ja. Und die ziehe ich gerne an, wenn ich weggehe auch, mit High Heels. Und die ich heute anhabe, hat auch wieder sportliche Streifen. Ja, und eigentlich kann ich mir ein Leben ohne Jogginghose gar nicht vorstellen. Ja, und sie ist einfach ausgetauglich. Natürlich, im Büro würde ich sie wahrscheinlich nicht anziehen, aber es spricht nichts dagegen, sie auch zum Mecklen anzuziehen. Und da gibt es ja auch so richtig edle Teile, ja. Also meine hier hat hier noch eine Tasche. Und ganz klassisch. So, könnt ihr sehen, ich hoffe ja. Ja, und schon sieht sie gut aus, ja. Okay, also egal wo ihr eure Jogginghose trägt, traut euch sie anzuziehen und genießt einfach euer Outfit. Und, ja, ich sag mal, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal mit Angie Goss Fashion. Das war heute zum Tag der Jogginghose. Tja, und probier's mal mit Gemütlichkeit oder so, ne. Tja, und probier's mal mit Gemütlichkeit oder so, ne.